Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich sollte gar nicht hier sein Klar, wie alle hier Ich hatte Angst, keine neuen Freunde zu finden Was denkst du, Valeria? Weiß nicht, zurzeit bin ich eher der Ersatzspieler, der der Liebe von der Bank aus zusieht Und, auf was wartest du? Hey! Ich bin Cäsar und ich werde dich niemals enttäuschen Und jetzt werde ich dich küssen Was? Ich werde dich küssen Warst du schon mal in jemanden unglücklich verliebt? Ja, und wie? Und was macht man, wenn einem sowas passiert? Der Club der Unverstandenen! Guten Morgen, Prinzessin!